Was ist die Körpersprache und selbstbewusstes Auftreten? Die Körpersprache und selbstbewusstes Auftreten hängen sehr eng miteinander zusammen, weil wir ganzheitliche Wesen sind. Das bedeutet, dass Körper, Seele und Geist immer im Zusammenhang wirken. Wenn man zum Beispiel lernt, Bogenschießen, was man lernt beim Bogenschießen ist, man spannt den Bogen und man lässt los und dadurch erreicht man ein Ziel. Und alleine dieser körperliche Ablauf des Bogenschießens hat eine Auswirkung darauf, wie ich in Zukunft Ziele bilde. Wenn ich Probleme habe mit Zielbilden, dann ist das Lernen von Bogenschießen eine ganz hilfreiche Sache und hilft mir beim Zielebilden. Das Gleiche gilt für Jonglage. Wenn ich lerne, verschiedene Bälle mit verschiedenen Bällen zu jonglieren, dann lerne ich, dass ich einen immer in der Luft habe und ich trotzdem zu einem guten Ergebnis komme. Und genau das muss ich lernen. Ich muss lernen, um Ziele zu bilden, loszulassen. Ich muss lernen, den Bogen loszulassen. Ich muss die Bälle loslassen und kann dann eben besser Ziele bilden, sodass wir da immer im Zusammenhang sind. Gefühle wirken ja unbewusst. Und wenn ich ein Gefühl habe, drückt sich das halt auch sofort aus. Wenn ich zum Beispiel eine Tochter habe, die jetzt schwanger ist und ich habe mich die ganze Zeit auf meinen Enkel gefreut und jetzt kommt der Anruf und ich höre, ja, ich bin Oma geworden und es gibt ein gesundes Enkelkind, dann bin ich in Freude und zeige das auch. Das ist etwas, was einfach automatisch passiert. Nur Schauspieler, die sehr trainiert sind, können praktisch andere Gefühle initiieren oder eine andere Körperhaltung zu einem Gefühl produzieren. Aber wir Nicht-Schauspieler, bei uns ist es einfach so, dass man uns das ansieht. Das ist also ganz normal. Auch unsere Körperhaltung hat Einfluss auf die Gefühle, die wir empfinden. Wir können durch eine körperliche Position unsere Gefühle stärker ausdrücken, aber auch Gefühle initiieren. Das wissen wir aus der Trauma-Forschung. In der Trauma-Forschung wissen wir, wenn ein Trauma passiert ist, dann, wir haben etwas stark Unangenehmes erlebt und es hat einen Einfluss, dann sind wir an irgendeiner Stelle in so einer Hab-Acht-Position. Zum Beispiel, ich kenne eine Frau, die hatte einen Unfall, die ist einfach nur mit einem Fahrrad an einer Baustelle vorbeigefahren und dann ist oben vom Gerüst ein Rohr runtergefallen und ihr direkt auf den Kopf gefallen. Sie war dann bewusstlos, eine Zeit, einige Zeit und danach konnte sie sich an diesen Unfall bis heute nicht erinnern. Sie erinnert sich nicht, was war. Alles, woran sie sich erinnert, ist, sie ist Fahrrad gefahren und dann im Krankenhaus aufgewacht. Das ist das Trauma. Es war so beeinflussend für sie negativ, dass unser Unbewusstes das praktisch rausgeschnitten hat. Es gibt keine Erinnerung darüber. Aber es hat dennoch Folgen. Wann immer sie jetzt Geräusche von oben hört, wenn sie jetzt durch die Straßen geht und von oben kommen irgendwie starke Geräusche, zuckt sie zusammen, weil der Körper das abgespeichert hat. Der hat dieses unangenehme Ereignis abgespeichert, selbst wenn sie sich nicht mehr daran erinnern kann. Power Posing ist was ganz Tolles. Power Posing bedeutet, dass ich körperlich eine Position annehme, die dann wiederum auf mein Gefühl wirkt. Und das ist gut erforscht. Da gibt es einige Untersuchungen zu, dass zum Beispiel diese Pose, wenn ich die Schultern ausfahre, die Hände in die Hüften stämme, den Kopf ein bisschen anhebe, dass wenn ich das eine Weile mache und mich reinatme in diese Position, am besten noch im Stehen, dann habe ich noch einen festen Stand unter den Füßen, dass ich mich dann auch irgendwann stärker fühle. Ich kann also durch diese Position, die ich einnehme, in ein starkes Gefühl kommen. Und so gibt es einige Positionen, die Sie da einüben können. Im Yoga zum Beispiel gibt es die Heldenposition. Das ist eine ganz bestimmte Figur, in die man sich hineinatmet. Und das ist die Heldenposition. Und wenn Sie sich in diese Heldenposition hineinbegeben, dann, wenn Sie gelenkig genug sind und es angenehm genug ist, dann kommen Sie auch in ein Gefühl von Ja, ich bin stark. Es gibt einen guten Trick, sich in einer angespannten Situation an die innere Ruhe oder die Kraft zu erinnern. Und das Ganze mache ich durch Setzen eines Ankers. Wie funktioniert das? Ich schaue zum Beispiel die Heldenposition, die ich aus dem Yoga kenne. Wenn das eine gute Position ist, wo ich merke, ja, da komme ich in ein gutes Gefühl, da komme ich in ein kraftvolles Gefühl, dass ich überlege, oh, wie kann ich diese Position ankern? Und ich schaue etwas, was ich leicht berühren kann, vielleicht irgendeinen Punkt auf den Arm. Ich kann sagen, hier linker Oberarm, wenn ich da mal drauf drücke, hier werde ich diese Heldenposition verankern. Das heißt, immer, wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich es abrufen, dieses Gefühl, ja, ich fühle mich stark. So stark, wie ich mich fühle, wenn ich diese Heldenposition im Yoga mache. Das nennt man Ankern und ist ein ganz guter Mechanismus, sodass, wenn ich in einer unsicheren Situation bin, einfach nur durch den Druck auf den Oberarm, ich erinnere, ah ja, Heldenposition, ich bin stark. Augenkontakt ist natürlich was ganz Wichtiges und damit stellen sie auch einen Kontakt im Gespräch her. Und jetzt muss man schauen, wie die Menschen darauf reagieren. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Pflegefachkräfte, wenn sie im Gesundheitswesen sind, ja, die lieben es, wenn man sie direkt anschaut und direkt in den Kontakt geht. Menschen, die eher etwas distanziert sind, ja, die halten vielleicht so einen Blickkontakt nicht so gut aus, aber oft spürt man das unbewusst. Und es ist immer ganz gut, direkt den Augenkontakt zu suchen. Damit signalisiert man auch, ich bin da, ich bin präsent, ich habe Interesse, reden Sie mit mir. und ich bin da, Bis zum nächsten Mal.